die Anrufe zurückzukehren geht's aber man mit dem guten Hauptmann hier reden ob man ziehen die ja meine Nachrichten Achso ja felschen ein ihr wisst dies ich weiß nicht was ich König ist Ha ha, danke. kann euch versichern wenn das schleier ist aber die königliche garde wird bei der suche helfen das ist nicht verhandelbar wenn ihr mich entschuldigt euer majestät ich habe noch viel zu tun hier drüben sucht ihr rasum da kommt einfach ich gehe mal an die stimme schon ach also da vielleicht ergehen um ihre gut diese tabellen sind ja mach das klauen Ja, wir haben natürlich Taverne zum Biederhaken. Ach, warum nicht, ne? Warum? Himmelsscherbel oben. Ich finde das erstmal. Nein. Ah, super. Das ist alles hier, die Krier-Gilde? Nein. Ach, hier ist. Ah, haben wir so. Ich bin ja für einen Buff an. Ach, wie eine Verkleidung, was da drin ist. Warte mal hier. Was? Ich weiß nicht. Fässigkeiten. Ach, ach, Charakter, ne? Halt mal Glimmer. Bisschen hoch. Schade. hallo hallo fictorian kommen sie richtig auch noch ach nee ist der Mist ach nee will ich nicht hier den Krötenrennen oder Echsenrennen Echsenrennen in die weiß ich nicht so gerne bei Echsenrennen muss man die richtige Echse erst mal haben muss man die noch die mannsprechend richtig füttern muss ich auch irgendein paar Mal angeben der Oma kommt nix da weiß ich gar nix nur so ein Gag am Rande das tut sich not ja nie der Geburt ich bin fahrt was bekommt ihr vielleicht aber du ja hier ist richtig Pallomir ah sie sind im Pallomir war das ein schwerste königlichen Gagod da ist ja so ah bin ich nicht gesehen ähm ja holen wir uns mal ein Schwert ne wie ich schon in meinem meistverkauften Buch Damen in Grün erwähnte sind die Waldelfen von Natur aus geheimnisvoll denkt daran wenn ihr das nächste mal kann ich etwas für euch tun verschwindet mhm oh ich äh oh geht doch Redungskunst ist echt gut bei den beiden Fertigkeiten ich sage euch meinen lieben Lesern kein anderes Volk das ist echt gut spart man auch viel Gold ja oh Gott ist eigentlich so kein Problem eigentlich wie auch Sachen die hier äh sehr toll weil wir müssen fahren die Chidanchenrennen wildfarm und der ist ein hallo mir auch die Hinktung dring 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 es wird sein willkommen ihr seht auch diesen sprecht mir nah ihr habt wo die der in ja ich muss mal Prüfungen machen hm 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 nein ja da hab ich 2 Prüfungen oder 3 ich mach erstmal mit ihm hier Rätseln er genau Rätseln Rätseln erst mal mit ihm reden ach ich bin bereit ich mach auch Rätsel Zwei Leiber besitze ich, einen auf dem anderen drauf. Je stiller ich stehe, desto schneller wird mein Lauf. Drehe ich mich auf den Kopf, sodann beäugt mich mancher furchtbar bang. Was bin ich? Da muss man rausfinden, was das ist, ne? Ihr habt weise entschieden. Pfadfort. Als Freund der Wächter, Söldner und Soldaten, erdulde ich klaglos aller Kriege Taten. Nach vorn weiß ich beim ersten Kampfesschrei und auf dem Marsch halte ich euch wohl den Rücken frei. Wird. Stich. Äh, danke. Gute Arbeit. Ihr habt jetzt müsst ihr die Ausdauer... Das heißt schon. Jo, so, war es. Allee, ich kriege dich schwer. Man muss um die Ecke denken. Man kann es immer wieder wiederholen. Also das Richtigste kann man immer wieder machen. Aber wenn man einen Fehlentschlag hat, einfach mal nur zuhören, ausprobieren. Kann natürlich auch alle Arme ausprobieren. Kann man die auch machen. Wenn man das hier hat. Hallo. 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 Jetzt. Seid ihr hier für die Prüfung der Ausdauer? Ja, ich will bereits kommen. Müssen wir in der Fall von einer bestimmten Zeit... für alle die Markierung in einem Ablauf. Äh, man muss schon rennen, ja. Aber nicht, nicht immer. Also, das hört sich schon schnell sein. Ich habe sich nicht für die Zeit lassen. Ich habe gehört, was ihr an der Wacht getan habt, Reisende. Möge Aurel euch beschützen. Ach, das ist doch unten. Ach, das ist doch unten. Ich weiß ja gar nicht. Ich habe Zeit, natürlich. Ne, ist klar. wieder rechts oben. Mit der rechts oben. So, wie viel ist es denn? das war es eine beeindruckende doch wenn es auch nicht nicht so schwer hat eigentlich genug so ihr habt das rätsel eines alten mannes hier gehen wir werden ja noch mal los hier oben die auch kein problem die fallen rüber schnell um 13.000 api nur alles gar nichts würde ich auch keine probleme war es schon die drei prüfungen sind wirklich sehr sehr einfach die drei auf fertig da ist locker Flockes aber die Schleierburg wie sein die Masse ist die Folge von ESO ein schönes Mittel